Jo Leute was geht, willkommen zurück zu Dark Souls 2 und das letzte Gebiet, Eisenschloss, rein da. Mir sagen lassen die Zwischenbosse stärker, schwerer als der Endboss, aber ich werde meine Streak halten und jeden Boss First Drive besiegen. Oh, kriege ich hier viel Schaden, nein, nein, nein. Ah. Ah. Oh. Da ist ein Item. Scheiß aus Item. Ist Streak gebrochen? Ne, ne, ist Streak bei Bossen. Ich will bei Bossen nicht einmal sterben. Und ich bin bisher bei keinem Boss gestorben. Hier gibt es doch später sicherlich ein, ähm, ein Feuerring. Da mache ich mir gar keinen Stress. Der mag Dark Souls anscheinend nicht, ich mach das ist so. Ich habe es geändert. Ah. 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 Das war's. 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 Ich weiß ganz genau, welche Dinger ich meine. Diesen Zauber, wo dann so ein Schwert kommt. Ah, du blöder Sack. Na klar. Boah, ist der gut getarnt. Hallo Baro. Ja, du blöder Sack. Das war's. Ja, du blöder Sack. Ja, du blöder Sack. Ja, du blöder Sack. Ja, du blöder Sack. Kann zwar was im Nahkampf. Ach das ist der gleiche Typ. Ich hoffe das Item was ich da geholt habe hat dir wenigstens gelohnt. Ich hoffe das ist der gleiche Typ. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Also da will ich glaube ich nicht rein Das ist doch der Tod Ich sehe das doch schon wieder Das sind wieder zu viel Meter Ich sehe das doch schon wieder glitzern ist titanit so nämlich ich habe keine ich glaube ich gehe mir auf pfeile holen ich glaube die bowser festung oder bin ich nah am leuchtfeuer wo muss ich überhaupt lang ach da kann man rüber wenn ich nah am leuchtfeuer oder so kann ich noch mal zurück ist nah ok gut fuck jetzt hab er mich trifft ganz dringend Pfeile sag mir nicht da vorne ist ein Boss ich hab nichts mehr zu heilen und will ich das Item will ich hier runter ich weiß nicht wo ich hin will ja schmelz Dämon na toll mit 30.000 Seelen mit 30.000 Seelen und da Kann sein, dass er mir Schaden macht, nur weil ich nah an ihm dran stehe? Oh, oh. Was macht der da? Ein Feuerschwert. Löff bei ihm. Ich bin voll gut ausgewichen. Ich bin voll gut ausgefallen, ein Erdober und ein Automatik, oder? Schnell, ich bin neu bei ihm. Ich glaube,それ habe ich in seiner Wiese عن 마음에 verединen. Mt. Maaf,оп野len, da? Untertitelung des ZDF, 2020 Na klar Heil dich mal, du scheiß Lebenstein Easy So Also das mit dem Leuchtfeuer Na war glaube ich auch Äh Geflachst, ne? Wo ist denn hier ein bisschen Leuchtfeuer? Ein Schweineschild Perfekt Ah, hier ist der Leuchtfeuer Okay Jetzt gehe ich mal kurz zurück und hole mir mal neue Pfeile Und die, äh First Trys stehen First Try bei allen Bossen Hehe Äh Pfeile, Pfeile Ich glaube bei ihm, ne? Mann, ich brauche noch mal so fossilen Drachenknochen Alonne-Rüstung Die sieht auch cool aus Sieht gut Boah, die ist viel besser Als meine Aber die wiegt auch gut, ne? 14 Was wiegt meine? 10 Ich lerre die mal Jo, ist nice Finzerstulpen sind auch gut 5,4 5,8 Blitzende Sigtanit Nein Das war dumm Ich konnte irgendwo Pfeile kaufen Ich habe letztens Bolzen gekauft Kann ich bei dir gute Pfeile kaufen? Ne Ist das der einzige Pfeilhändler? Ich halte Ich tragisch Ich ge Ich w Vielen Dank. War das schon der Zwischenboss? Der Schmelztiegel? Ich habe irgendwo... Ich meine... Mich zu erinnern, dass bei Hanno sich alle aufgeregt haben, weil dieser Schmelztiegelboss wohl der Beste oder Stärkste im ganzen Game sein soll. Ist das der gewesen, den ich gerade besiegt habe? Ist das der Stärkste Boss im ganzen Game? Aha! Du blöder Sack. Wie oft hast du mich abgeballert? Schwarz... Was? Schwarzstahl-Katana? Uh... 25 Geschicklichkeit. Cool. Nee, nicht im Game. Okay. Was machst du? Hallo. Hallo. Geile Mechanik. Das, wo ich... Also, die haben sich schon gute Sachen einfallen lassen. Das kann man... Das muss man schon zugestehen im Game. Hier wurden schon ein paar Sachen... Coole Sachen... Äh... Integriert. Mal ein bisschen was ausprobiert, wisst ihr? Soll ich den benutzen? Die Leute spinnen. Und die Waffe, die wir dank Belya hast, wäre das auch alles etwas schwerer. Ach, Quatsch. Ich hätte auch da eine andere gute Waffe. Wie viel Schaden? Ich habe doch nur 300. 300 ist doch nichts. Äh... Hätte ich mir die Sense gemacht, wäre die auch gut. Oder komme hier. Partes Speer. Oder hier so ein geiles Katana. Oder Großschwert. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. So krass finde ich den Speer nicht. Äh... Hier einsetzen. Ich habe nämlich nicht so viele davon. Nee, danke. Du blöder Sack. Du blöder Sack. Das war's. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? 40.000 Seelen RIP! 40.000 Seelen RIP! 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 1.000 seelenis Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dastepos! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, ich habe hier viel Platz Ah, okay Was, 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 Feuer? Noch mehr Feuer? Noch mehr Feuer? Noch mehr Feuer? Feuer, 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 Feuer? Okay, where are you from there? Feuer? 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 Feuer ausgewichen? Alter Eisenkönig, du hast ja gar nichts drauf Ich schau mit dir Große Seele umarmt Umarmt! Umarmt habe ich sie Wie einen alten Freund Wie einen alten Freund Versteinertes Etwas Ah, kann ich gleich noch den Gamble machen, oder? Ah, Urleuchtfeuer entzündet Leuchtfeuer des Eisenschlosses Was gibt es hier noch? Untersuchen? Ne, 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 ne Ich will nirgendswöhnen Ich will Ne, 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 ne Wo bin ich hier? Oh, hier ist DLC Ist das das DLC hier? Ist das hier das DLC, oder wie? Oder was? Oder wie? Geschlossen Ist geschlossen Okay, zurück Zurück, 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 zurück Ja, es macht mir doch Doch mehr Spaß, als ich gedacht hatte Tatsächlich Aber Was muss ich jetzt machen? Ich habe alles geschafft, oder? Was kann ich jetzt? Endlich Endlich Nachdem ich schon zehnmal da war Komme ich jetzt Hier weiter Danke für den Lörg, Leo Hier geht es jetzt weiter, oder? Ist auch egal Das war die Folge War doch easy Meine Streak bleibt Mit First Tribe Der Bosse Lasst ein Like auf dem Video Da Bis zum nächsten Mal Das ist der Weg Alles klar Da gehen wir beim nächsten Mal weiter Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal